Hallo, hier in diesem Video geht es um First Order Logic. Was ist First Order Logic? Zuerst haben wir gesehen, beim letzten Video, was propositionale Logik ist. Und das wollen wir jetzt erweitern, dass wir sozusagen nicht nur so elementar Aussagen machen können, sondern kompliziertere Sachen, so wie echte Sprache. Und dafür haben wir Objekte, wie zum Beispiel Menschen, Häuser, Nummern und so weiter. Und wir haben Relationen, zum Beispiel das Haus ist rot, die Nummer ist groß oder irgendjemand ist ein Bruder oder hat irgendeine Eigenschaft oder und so weiter. Und dann haben wir Funktionen, die sozusagen unsere Objekte wieder zurückgeben. Zum Beispiel der Vater von, beste Freund von und so weiter. Dann kommen wir zu der Syntax. Wir haben Konstanten, zum Beispiel King2, UCB und so weiter. Dann haben wir Relationen, zum Beispiel Bruder oder größer, kleiner, die geben sozusagen war oder falsch zurück. Dann haben wir Variablen, die können wir beliebig besetzen. Dann haben wir Verknüpfung und oder nicht, Folge, Gleichheiten, Quantoren und Funktionen. Die Funktionen geben uns, sagen wir, Konstanten wieder zurück, während hier die Prädikate nur gerade falsch zurückgeben. Dann haben wir die Syntax. Wir haben verschiedene Sätze. Genau, wir haben zum Beispiel Sätze, die automatische Sätze zurückgeben. Genau. Dann kommen wir zu unseren Quantifiers. Es gibt den Universum, also den für alle gilt und die Syntaxe sozusagen für alle, dann Variable, dann Satz. Zum Beispiel ist ein Beispiel, jeder at irgendeine Universität ist intelligent und dann als Satz ausgedrückt ist. Für alle, die da sind, folgt, dass sie intelligent sind. Und dann gibt es den Existenz-Quantor und da ist sozusagen die Syntaxe, es existiert, ein Variable in einem Satz. Und ein Beispiel ist, someone at Stanford is smart. Es existiert ein x at Stanford und dieses x ist auch noch smart. Dann haben wir für Knüpfungen und gucken uns an, ob die kommentieren. Wenn wir nur alle haben oder nur existen, kommentieren sie aber andersrum nicht. Weil, wenn wir uns anschauen, es existiert x und für alle y, dass x y liegt. Das heißt, da ist eine Person, die alle Personen in der Welt liebt. Oder andersrum, alle Personen, also alle y existiert in x. Plus x, y. Jeder in der Welt ist geliebt bei wenigstens einer Person. Das heißt, die sind nicht kommentativ. Dann können wir die Quantifier umdrehen. Das heißt, für alle x können wir machen, indem wir negieren. Einen Satz auch negieren, also wir negieren zu sagen alles. Und machen aus dem all, wenn es existiert und andersrum auch, es existiert, können wir auch wieder alles negieren. Und dann haben wir nicht für alle x und nicht den Satz. Jetzt wollen wir auch von der First Order Logic Verhalten herausfinden. Wir haben unsere Sätze und ein Modell. Und jetzt wollen wir sie sagen... Ja genau, wir schränken Modell noch ein. Modell muss mindestens ein Objekt und Relation besitzen. Genau. Konstant-Symbole, Objects, Prädikat-Symbole sind Relations und Function-Symbols, Functional Relation. Ein atomarer Satz ist zum Beispiel eine Beziehung zwischen Term 1 bis Term n. Der war da falsch zurück. Genau. Jetzt haben wir hier mal ein Beispiel. Und da sehen wir, wir haben Richard und John. Dann haben wir die Beziehung, dass sie Brüder sind. Das heißt, wenn wir Richard und John einen Partner geben, dann gibt es True zurück. Dann haben wir Richard und John ist King und Person. Das heißt, wenn wir sagen, ist John King, dann gibt es True zurück. Dann John hat eine Krone. Oder wenn wir eine Funktion fragen, dann können wir das linke Bein von John, kriegen wir sozusagen, diese Konstante zurück. Jetzt wollen wir sagen, auch aus dieser Logik irgendwas schließen. Was wir machen können, wir können universelle Instanzierung machen. Das heißt, wenn wir irgendeinen Satz haben, wie hier ein Beispiel, für alle X gilt, König X und Creed, daraus folgt X Evil. Da können wir sozusagen alle X, die wir haben, einsetzen und bekommen sozusagen dann Aussagen. Und können dann propositionale Logik draufsetzen. Genauso können wir das mit dem Existenzquantum machen. Nur hier führen wir eine neue Variable C ein, für dieses gilt. Also wir machen sozusagen First All Log to Proportionallogik. Und dann können wir Resolution anwenden. Probleme haben wir damit bei den Al-Quantoren. Aber wir können sozusagen Funktionen, also wir können Bruder von Bruder von Bruder und so weiter machen. Das heißt, es ist unendlich tief. Und wie wir das lösen, ist, dass wir sozusagen eine Maximale Tief von N angeben. Was wir auch noch machen können, ist eine andere Methode. Das nennt sich Unification. Und anstatt, dass wir alle Sätze einsetzen, mit allen Variablen und Funktionen, machen wir das anders. Und wir machen das so, dass wir Variablen ersetzen. Also wir setzen ineinander ein. Und dann können wir sozusagen eine Variable Theta machen. Und dann sagen wir X, John, Y, John. Also wenn wir zwei Sätze haben. Einmal, dass aus For All Kings and Greedy folgt das Evil ist. Dann können wir sozusagen gucken, dass John König ist und jeder König ist. Also wir können sozusagen so passend ersetzen, dass das funktioniert. Weil wir haben jetzt sagen, King X und Greedy X. Und dafür sollen wir sozusagen eine Forms zu machen. Und sagen, Theta unifies die, wenn Alpha Theta gleich Beta Theta ist. Also hier haben wir zum Beispiel Nose John. John kennt sozusagen X. Und dann können wir jetzt sagen wir Theta einfach Chain einsetzen. Und hier haben wir John, Nose, Y. Dann können wir so zeigen, für X können wir OJ einsetzen. Und für Y John. Genau. Und dann haben wir noch Generized Modus Spondens. Das machen wir sozusagen die Methode, wie wir das dann machen. Und dieser Strich sagt sozusagen, was dann am Ende rauskommt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.